Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute packe ich JKR Heavy Hitters aus. Ja, da ist es. Erstmal, für alle, die heute eigentlich einen Videolog von mir erwartet hätten, tut mir leid, ich habe gedacht, ich schiebe hier tatsächlich mal ein Unboxing-Video ein, weil bei mir stapeln sich mal wieder so ein bisschen die Spiele, die ich gerne auspacken würde, beziehungsweise die ich mal auspacken muss, damit ich sie auch tatsächlich mal spielen kann. Und ich komme gerade einfach aktuell privat nicht dazu, drei Videos pro Woche zu produzieren. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich jetzt ab und zu mal auch an dem Mittwoch ein Unboxing-Video einschiebe. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich labere ja aber auch bei den Unboxing-Videos genug, um quasi die Videolog-Lücke auch zu füllen. Nächste Woche gibt es aber wieder einen Videolog, hoch und heilig versprochen. Aber erst mal dieses Spiel hier. Ich habe es ja schon bei meiner kleinen Sammlungsvorstellung, beziehungsweise bei meinem kleinen Kanal-Update in der letzten Woche gezeigt. Das habe ich mir zum Geburtstag selbst zugelegt. Und ich freue mich da schon eine ganze Weile drauf. Und ich möchte das jetzt auch endlich mal auf den Tisch bringen. Und deswegen packe ich das jetzt mit euch zusammen aus. Das ist von Veta Workshop. Das Spiel war ursprünglich eine Kickstarter-Kampagne, ist aber mittlerweile regulär erhältlich im Handel. Gibt es bei verschiedenen Firmen, bei verschiedenen Läden. Fantasy Welt, Amazon gibt es, glaube ich, auch oder so. Also ich poste euch einen Link unten, wo ihr das Spiel bekommen könnt. Ihr könnt es natürlich auch direkt bei Veta Workshop bestellen. Veta Workshop ist eigentlich primär auch bekannt für ein paar richtig coole Sammelfiguren. Da bin ich auch auf das Spiel wieder gestoßen, nachdem ich es vor einiger Zeit schon mal auf einer Con ausprobiert habe. Weil ich mir da so ein paar Ghostbusters-Sammelfiguren angeguckt habe, die ich ziemlich cool fand. Und wie man vielleicht sehr deutlich sieht, geht es in dem Spiel um riesengroße Killer-Roboter. Das ist auch die Abkürzung. JKR steht für Giant Killer Robots. Und im Spiel geht es im Prinzip darum, dass riesengroße Killer-Roboter sich in einer Stadt gegenseitig auf die Ömme geben. Unterstützt von so ein paar kleinen Unterstützungs-Drohnen, die sie aufs Spielfeld mitbringen können. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das Ganze von hinten aussieht. Das ist die Rückseite der Box. Man sieht hier schon mal einen von den Robotern. Vier Stück sind drin. Und hier so ein bisschen Karten-Artwork und wie das Spielfeld aussieht. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Ich lese euch einfach mal kurz vor, was hier draufsteht. Strap in for the most epic spectator sport this side of the Megapocalypse. Megapocalypse, ja. Gather your squad of Giant Killer Robots, build your deck and face your rivals in the ultimate fight for fame, fortune and sweet salvage rights. Scheme, strategize and strong arm your way to victory as you dominate the media landscape one billboard at a time. Also das Ganze ist im Prinzip so wieder einer von diesen apokalyptischen Sportarten der Zukunft, wie man das so kennt von verschiedenen Sci-Fi und postapokalyptischen Filmen und Franchises und sowas. Und im Grunde geht es darum, dass man eben seinen Killer-Robot hat. Da hat man auch einen Piloten drin, der auch eine Rolle spielt, auch in den Regeln. Und man kompetet halt gegen andere Spieler. So wie es aussieht, von zwei bis vier Spielern und enthalten sind, Moment, das steht, genau, steht hier. Es sind vier Heavy-Hitter dabei, unterschiedliche, die pre-painted sind. Äh, dann zwölf Support-Units, also das sind immer die Drohnen, die bei jedem Heavy-Hitter dabei sind. Das sind, äh, nicht vorbemalt. Dann, äh, zehn 3D-Gebäude, 317 Karten und ein Hexfeld-Spielbrett, äh, acht verschiedene Piloten, die man mitnehmen kann. Also mehr Piloten, als man Heavy-Hitter hat, das heißt, da hat man auch ein bisschen Auswahl. Und, äh, dann gibt's Dashboards, ähm, und verschiedene Tokens, Würfel natürlich auch. Und, ja, das gucken wir uns jetzt alles an. Jetzt habe ich nämlich genug gelabert. Jetzt habe ich nämlich auch Bock gekriegt, das hier aufzumachen. Und dann gehen wir hier mal ran. Das ist natürlich auch eine gigantisch große Box hier gleich. Aber es ist ja auch echt einiges drin. So. So, da leh. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich euch das am besten zeige, was hier drin ist. Äh, ich lege die Box jetzt mal von mir aus. Und wir switchen mal kurz auf meine kleinere Kamera, die natürlich wieder, äh, so weit weg ist. So. Also hier seht ihr nochmal das wunderschöne Cover-Art. Das ist auch hier wieder, äh, wie das oft ist. Äh, das sieht man jetzt hier leider nicht so gut. Aber der Roboter ist so ein bisschen, äh, der glänzt so ein bisschen. Also da ist, äh, die Oberfläche ein bisschen bearbeitet. Und das hebt sich so ein bisschen hervor. Und das Ganze ist eben in diesem sehr, sorry, ich habe immer noch keine Ahnung, was das für ein Artstyle ist. Aber der, der, der gefällt mir extrem gut. Also das ist sowas, das, äh, da bin ich gleich für zu haben gewesen. Und wir gucken jetzt mal rein. Na, komm schon. Die ist auch ganz schön hartnäckig, die Box. Ja, 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 es kommt langsam, es kommt. Gut, 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 gut. Jetzt kann ich nur um Stunden handeln. Ah, na komm schon, jetzt, okay. So. Jetzt gehen wir da mal kurz nochmal mit der Kamera drüber. Also ihr seht schon, das Wichtigste ist direkt oben dran. Das sind die Figuren. Hier die vier Heavy-Hitter. Und hier die, äh, Support-Drohnen, die für jeden Heavy-Hitter anders sind. Hier haben wir das Regelbuch. In das Regelbuch selber habe ich noch nicht, äh, reingeschaut. Ich habe mir allerdings schon ein, äh, ein, zwei Videos angeschaut zu den Regeln, dass ich euch so ein bisschen was dazu sagen kann, wie das Spiel funktioniert. Wie es dann richtig funktioniert, das seht ihr da natürlich auch, sobald ich meinen ersten Spielbericht zu dem Spiel bringe. So, jetzt hole ich hier mal ein bisschen die Sachen raus. Was haben wir hier? Da sind wahrscheinlich Spielmaterialien drin. Das machen wir nochmal kurz zur Seite. Ähm, ich gehe nämlich zuerst mal an die Figuren ran, weil ich schätze mal, das würde euch auch am meisten interessieren erst mal. Und, breite ich mal hier vor mir aus. So. Wir haben hier immer diese vier Heavy-Hitter, die auch komplett unterschiedlich aussehen, die auch im Spiel komplett unterschiedlich funktionieren natürlich. Die haben alle andere Waffenkarten und andere Support-Drohnen und so. Und, ich finde die ziemlich geil. Die sind, das ist so ein ganz, ganz eigener Stil, den die haben. Äh, die sehen ziemlich abgefahren und ziemlich abgedreht aus. Ich werde die jetzt mir nacheinander angucken. Ähm, was ich euch leider nicht sagen kann, ist, wie die jeweils heißen. Die haben garantiert auch eigene Namen. Aber, ähm, das ist jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal nur über das Aussehen. Und ich gucke jetzt mal, ob ich euch die so ein bisschen, dass ich die Kamera nicht immer heben muss. So. So, leh. Jetzt haben wir hier erst den gelben Heavy-Hitter. Ihr seht, der hat so als Torso so eine Kugel drin. Und die arbeiten auch ziemlich viel mit, äh, Stickern. Zum Beispiel, um die, äh, verschiedenen, um das Ganze so ein bisschen aufzuwerten und so. Das sieht man hier. Oder beziehungsweise sind es, glaube ich, so Decals oder sowas, die die da benutzen. Und das sind auch richtig schöne Aufdrucke. Und das ist so ein typischer, ähm, Pre-Painted-Farbstil, den die hier haben. Also, es ist alles natürlich sehr einfach gemacht. Aber es erinnert mich auch sehr stark an, zum Beispiel, die Fahrzeuge und Kampfläufer von AT43. Die mir auch persönlich sehr, sehr gut gefallen. Weil die eben auch mit so Stickern und Decals arbeiten. Und gerade bei so technischen Sachen, das kennt man ja auch zum Beispiel von X-Wing, funktioniert es ziemlich gut mit den Pre-Painted. Also, wie man sieht, das ist ganz einfach gemacht. Die haben hier, äh, mit Tusche gearbeitet. Und, äh, sehr, sehr, ja, flache Farbverläufe und sowas. Also, da kann man, wenn man das möchte, bestimmt auch noch Hand anlegen, ein bisschen Metallik da anbringen oder sowas, wenn man das möchte. Aber ich finde, für meine persönlichen Zwecke ist das schon mal ziemlich, ziemlich cool. Und wie gesagt, ja, der Stil dieses Riesenroboters, den finde ich schon mal ziemlich toll. Und was mir auch sehr gefällt, ist diese, ähm, die Hexbase. Das Ganze ist Hexfeld-basiert und dass hier auch direkt noch das, das Logo von dem Heavy Hitter drauf ist. Und hier sieht man auch, ähm, ist der Front Arc markiert, weil es wird tatsächlich auch mit verschiedenen Ausrichtungen gearbeitet bei Heavy Hitters. So, das war der erste, das war der gelbe. Jetzt kommt der grüne. Der sieht schon ein bisschen klobiger aus. Und ihr seht auch hier wieder, also die, die haben so ein bisschen was, also die sehen jetzt nicht aus wie Kampfroboter, die sehen fast so ein bisschen aus wie so, ähm, umfunktionierte Arbeitsroboter. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig in diesem JKR-Universum drin, was VETA Workshop da, äh, angesetzt hat, beziehungsweise da etabliert hat. Aber, ähm, wie gesagt, es sind ja auch eher so ein bisschen, es ist ja auch eher so ein Sport der Zukunft, das Ganze. Und ihr seht auch hier, das sieht auch tatsächlich so ein bisschen aus, als wäre das aus einem Arbeitskontext eher der, der Mech. Und ihr seht auch, also, der hat hier, der ist hier mit Raketenwaffe ausgerüstet, der hat hier auch wieder so eine, so eine Waffe. Und der hat hier diese, diese kleinen Ärmchen hier drunter und so. Das ist, finde ich, schon eigentlich ziemlich cool einfach. Also, die, die sehen einfach, die haben so einen ganz eigenen Stil, den ich sonst tatsächlich nicht wirklich kenne. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen, äh, von MechWarrior Dark Age. Da gibt's so die eine oder anderen, so, so, ähm, Farm-Mechs, die umfunktioniert sind zu, zu Kampf-Mechs. Die haben auch so ein bisschen diesen Look, so diesen sehr asymmetrischen und, und sehr auch funktionellen Look. Und ich finde es einfach immer toll, wenn das nicht einfach so gestreamlined ist, sondern einfach ein, ein sehr spezieller, sehr eigener Stil, den man sofort wiedererkennt. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Und, äh, dann gehen wir gleich zu dem Blauen über, der ist auch ziemlich geil. Der hat hier, man sieht hier, der hat so ganz lange Arme und hier diese kleinen Händchen und daran hält er diese riesengroße Kanone. Und auch hier sieht man natürlich, also, hier kann man definitiv ein bisschen Hand anlegen. Hier könnte man wahrscheinlich allein so ein bisschen metallig trockenbürsten und würde schon einen riesen Zusatzeffekt erzeugen. aber trotz allem finde ich den auch in seinem, ja, so wie der jetzt aussieht, schon ziemlich toll. Es hat natürlich alles auch ein bisschen so diese, diesen Comic-Look, der sich, finde ich, auch sehr schön von den Artworks, wo ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehe, von den Karten her und sowas, ähm, auch auf die Figuren überträgt. Also, da ist auf jeden Fall, das ist alles sehr stimmig in sich. So. Das war der Blaue. Und als letztes kommt noch der Orangene, der mir ganz besonders gut gefällt. Der ist ein bisschen höher gewachsen, deswegen halte ich den jetzt mal so in die Kamera, weil sonst kriege ich den fast gar nicht ganz drauf. Ah, geht so. Und auch der ist wieder ziemlich cool. Der hat auch ziemlich viele von diesen, ähm, Stickern drauf, beziehungsweise diesen Decals und so. Und auch der, das ist schon, ja, das ist schon ein ganz schöner Trümmer auch. Ihr seht es vielleicht, wenn ihr meine Hand daneben habt. Die sind ganz schön riesig. Ähm, es sind auch bewegliche Teile, sehe ich gerade dabei, glaube ich. Aber ich will es jetzt nicht, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, ich möchte nichts kaputt machen. Naja, es bewegt sich jetzt nichts. Aber, also, insgesamt, die ganze Qualität, die erinnert mich sehr, sehr an AT43. Und da war ich eigentlich immer sehr begeistert von den Fahrzeugen und diesen ganzen Sachen. Dementsprechend, äh, bin ich auch hier recht angetan. Es hat natürlich alles so ein bisschen so einen schmutzigen Look. Das kommt auch einfach durch diese Pre-Painted-Technik, dass da die Tusche überall so ein bisschen hingeht. Ähm, das kann man garantiert alles auch ein bisschen sauberer machen noch, wenn man da ein bisschen Hand anlegt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr solide Basis, um, äh, da richtig cool was mitzumachen. Und, äh, apropos was mitzumachen. Wir haben hier natürlich auch noch die, äh, Support-Einheiten für jeden. Und die sind tatsächlich nicht wirklich Pre-Painted. Also, die haben, das seht ihr jetzt gleich hier, immer mal die Orangenen. Jeder Heavy-Hitter hat dabei eine Recon-Einheit. Die seht ihr hier jetzt für den Orangenen. Das ist meistens eine fliegende Einheit, beziehungsweise eine schnelle Einheit. Das ist so ein, ich versuch mal hier näher ran, genau. Äh, das ist im Prinzip ein Spotter. Mit dem, äh, kann man zum Beispiel Sichtlinien herstellen, wenn man keine Sichtlinie hat. Und dann Raketenwaffen zum Beispiel abfeuern. Mit denen kann man auch, äh, Gebäude taggen. Wie das funktioniert, das erklär ich gleich. Und, na, jetzt wieder den urigen Hintergrund gewählt. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ähm, aber ihr seht, also, der ist in der Grundfarbe. Das ist auch in der gleichen Farbe wie der entsprechende Heavy-Hitter. Aber, ähm, es ist eigentlich nur so, so ganz leicht nochmal angetuscht. Wahrscheinlich auch, um die Details so ein bisschen hervorzuheben für Leute, die die nicht weiter anmalen wollen. Aber da werde ich definitiv, glaube ich, nochmal selber Hand anlegen und, äh, einfach noch selber ein bisschen dran malen. Weil, das ist jetzt auch, bei so Robotern ist das jetzt kein großes Ding. Und ich glaube, das wirkt einfach in, in Summe dann noch ein bisschen cooler, wenn auch die so ein bisschen bemalt sind. Und, äh, genau. Das ist der, der Recon. Das ist die Repair-Drohne. Also, die ist im Prinzip dafür da, um den Heavy-Hitter zu unterstützen und zu reparieren, wenn der Schaden kriegt. Auch hier, also, ihr seht auch wieder, der Stil ist auch wieder sehr speziell von den Robotern. Also, die sehen jetzt nicht so 0815 aus, sondern die haben eben auch diesen, diesen ganz eigenen Stil, bloß in klein. Und hier dazu dann nochmal die Combat-Drohne. Die ist im Prinzip dafür da, um mitzukämpfen. Also, die hat auch den größten Damage Output, wenn man eben nicht mit dem Heavy-Hitter schießt oder angreift, sondern da können eben auch die Combat-Drohnen ganz schön zulangen. Und im Spiel funktioniert es im Prinzip so, dass man seinen Heavy-Hitter auf dem Feld hat und man hat eine Kartenhand, mit der man unter anderem Verteidigungs- und Angriffseffekte auslösen kann, aber eben auch Deploy-Aktionen durchführen kann. Und damit kann man eben diese Drohnen aufs Spielfeld bringen. Und auch wenn sie zerstört werden, kann man sie immer wieder zurückbringen. Genau. Das ist das. Und dann gehen wir zu den grünen Support-Einheiten. Und ihr seht auch gleich, die sehen auch wieder wirklich komplett anders aus. Da haben wir hier wieder den Scout, die Recon-Einheit. Das ist dieses Mal eher so eine klassischere Drohne, wie man hier sieht. Dann haben wir die... Jetzt muss ich kurz gucken. Das ist wahrscheinlich die Repair-Einheit hier. Die ist dann auch... Die sieht auch wieder komplett anders aus. Und ihr seht auch hier wieder, also es ist natürlich alles relativ einfach gehalten. Das ist einfach die Grundfarbe drauf. Plus dann noch leicht getuscht. Und das war's dann schon. Also für Leute, die hier nicht gerne anmalen oder sowas, die die ganz so spielen wollen, finde ich das eigentlich ganz nett, weil man eben tatsächlich die Details ein bisschen besser sieht. Und für Leute wie mich, die dann doch ein bisschen eher noch Hand anlegen wollen, gerne, gerade bei denen jetzt, ist es natürlich auch schon ganz nett, weil ich da schon einfach eine sehr solide Basis habe, auf der ich einfach malen kann, wo ich ein bisschen drüber bürsten kann. Und dann ist das auch alles wunderbar. Ja, das ist dann auch die Combat-Variante. Ich stelle da jetzt einfach mal nochmal dazu. Also ihr seht, die Drohnen sind deutlich kleiner als jetzt die Heavy-Hitter. Aber das ist natürlich auch so gedacht. Die sind auch super schnell kaputt. Aber man kann sie, wie gesagt, auch immer wieder aufs Spielfeld zurückbringen. Dann kommen als nächstes die Gelben. Die sind auch ganz cool. Die haben auch wieder gleich ein Element übernommen. Ihr seht hier nochmal bei dem gelben Heavy-Hitter, das Hauptelement ist so diese Kugel, die in der Mitte ist. Und das haben jetzt hier die Support-Einheiten genauso. Also die haben hier bei der Drohne, das ist so ein kleiner Helikopter. Nicht sehr, sehr putzig. Die Combat-Support-Drohne hat das eben auch. Ist so vierbeinig. Und dann haben wir hier noch den Reparatur-Roboter. Der hat das auch. Also die übernehmen dann natürlich auch immer Stilelemente von ihren Großen. Was dann natürlich auch immer ganz schön ist. So, als letztes kommt noch der blaue. Und hier haben wir auch wieder die Recon-Drohne. Ist auch wieder eher so ein klassischerer Drohnen-Look. Dann haben wir den Repair-Roboter. Und die Combat-Drohne, die dieses Mal mal auf Rädern unterwegs ist und mit einem schicken Raketenwerfer ausgestattet ist. Also es ist alles relativ einfach gehalten. Die Figuren sind jetzt auch, also wenn man es sich nochmal genau anguckt, also gerade bei dem jetzt fällt es vielleicht auch auf, die haben keine so mega scharfen Details oder so. Das ist, ähm, es ist schon, so wie das aussieht, hart Plastik. Beziehungsweise, wenn dann ein hartes PVC. Das ist jetzt nicht so ganz was Weiches, was schnell verbiegt oder sowas. Aber die sind jetzt nicht unfassbar detailliert, die Figuren. Aber ich würde sagen, sie sind detailliert genug, um noch ein bisschen was rausholen zu können. Man sieht das einfach auch daran, wie da, wo die Tusche so ein bisschen dran ist, dass da durchaus auch Details da sind. Also da kann man schon ganz gut mit arbeiten. Es ist aber natürlich trotzdem eher für so ein Brettspiel-Geschmack gemacht. Also die Figuren sind einfach sehr solide. Es ist jetzt definitiv kein Infinity oder sowas. Aber ich glaube, das erwartet man normalerweise auch nicht bei der Art von Spiel. Und ich finde aber trotzdem, ich glaube, wenn man dann ein bisschen sich Mühe gibt, dann kann man da auch ordentlich was rausholen aus den Figuren, ohne dass es jetzt zu viel Aufwand nachher wieder bedeutet. So, das waren jetzt erstmal die Figuren. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier so ein bisschen auch Platz mir schaffe, weil das ist halt einfach hier ein bisschen reduziert bei mir. Jetzt gucke ich mal, was hier drin ist. Ich vermute fast, ich muss mal gucken, das ist auch noch zugeklebt. Schauen wir mal rein. Ah ja, das sind verschiedene Plastikelemente und Bases. Und es sind auch noch die Würfel drin und so. Okay, alles klar. Dann holen wir das mal kurz raus. Zack und zack. Ja, und noch mehr zack. Hier. Das sind nämlich, da gehen wir jetzt ganz schnell durch, weil das ist jetzt nicht super spannend, aber schön, dass es dabei ist, auf jeden Fall, finde ich, weil also die Komponenten, also die Ausstattung mit Komponenten ist sehr üppig bei dem Spiel. Es hat auch einen recht üppigen Preis, also wenn man es neu kauft, ist man so im 120 Euro Bereich. Ich habe es auch schon gebraucht, gesehen, jetzt auf Facebook und sowas, für 80 Euro rum, also da kann man sich auch ein bisschen umgucken. Aber es ist jetzt natürlich kein super günstiges Spiel, aber man hat auch wirklich alles drin, was man braucht. Und eben nicht nur für zwei Spieler, sondern bis zu vier Spieler. Und Erfahrung, also es macht auf jeden Fall mit zwei Spielern Spaß. Das habe ich schon ausprobiert. Mit vier Spielern bin ich mir aber ziemlich sicher, dass es auch sehr lustig ist, weil es eben ein sehr tödliches und chaotisches Spiel ist. Und wir haben hier im Prinzip, das wird wahrscheinlich erst Sinn machen, wenn ich euch den Rest zeige, das sind quasi die Dächer von den Häusern, die man im Spiel, um die man kämpft und die man zerstören kann. Hier sind so Schlitze drin und da kommen eben diese Chips hier rein. Das sind so einfach so kleine Stifte in jeder Farbe für jeden Spieler. Und wenn man eben ein so ein Gebäude in Anspruch nimmt, dann kann man da so einen Stift reinmachen. Und wenn vier Stifte drin sind, dann bricht das Gebäude zusammen und man hat das für die jeweilige Farbe geclaimt, das Ganze. Weil in dem Spiel geht es tatsächlich darum, entweder sämtliche Gegnern Heavy Hitter zu zerstören oder vier Gebäude für sich zu beanspruchen beziehungsweise einzureißen, indem man die eben mit seinen Drohnen und seinem Heavy Hitter für sich beansprucht. Und da hat man eben entsprechend von jeder Farbe hat man eben diese kleinen Chips, die man eben reinmachen kann. Sehr schön auch, da ist immer so ein kleiner Smiley drauf. Ist auch wieder, wie gesagt, das ist ein sehr, also es nimmt sich nicht zu sehr ernst, selbst das Spiel. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. und hier haben wir so einen First Player Marker, das ist auch sehr lustig, so dieses kleine Kätzchen. Oder? Vielleicht ist es auch ein Hündchen, fände ich natürlich noch cooler. Es kann auch sein, dass es ein Hündchen ist. Dann haben wir hier ganz reguläre Würfel, das sind Angriffs- und Verteidigungswürfel. Das Spiel ist sehr kartenbasiert, man spielt Karten aus, um Attacken durchzuführen, die zeige ich gleich dann nochmal. Und basierend auf diesen Karten, die man spielt, wirft man einen Würfel. Und man braucht immer für Angriff, braucht man immer 2W6. Das ist so wie bei War Machine, 2W6 basiert, man wirft einen Würfel und addiert das Ergebnis zusammen. Normalerweise braucht man so eine 5 bis 7, um zu treffen. Das finde ich immer sehr schön. Gerade bei 2W6 hat man eine sehr schöne Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und man hat aber auch noch Verteidigungswürfe auf Seiten des Angegriffenen, mit denen man dann Treffer wieder negieren kann. Das ist sehr, sehr einfach gehalten, was wirklich da so Flair reinbringt, sind die Karten, die man ausspielen kann, weil die eben unterschiedliche Attackenarten darstellen. Und dann haben wir noch dieses hier, das mache ich jetzt mal kurz auf und zeige es euch. Das sind dann die Bases für die Gebäude. Ihr seht hier, das ist so ein bisschen so eine Ruine und da baut man dann einfach das Gebäude selber drauf. Das zeige ich euch gleich, das ist aus Pappe. Setzt dann hier so ein Dach drauf, und wenn das Gebäude eingerissen wird, dann entfernt man das Pappelement und dann hat man noch diese Ruine auf dem Boden stehen und die wird dann markiert von dem Spieler, der das Ganze eingerissen hat und dann gehört es dem Spieler und liefert dann keine Deckung mehr oder sowas, sondern ist einfach nur noch eine Ruine auf dem Spielfeld. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und sieht auch im Spiel tatsächlich ziemlich cool aus, habe ich schon in den Videos gesehen. Ich gucke mal, vielleicht, wenn es einfach ist, dann bastle ich euch kurz da noch so ein Gebäude zusammen. So, das sind die Sachen, die jetzt drin sind in dieser Box. Jetzt gehen wir mal noch eine Stufe tiefer und hoffen, dass hier mein Turm nicht gleich zusammenbricht. So, jetzt haben wir hier nochmal, ah, das ist ja interessant, alles nochmal so einfoliert, der Rest, der in der Box ist. Dann haben wir das hier und dann stelle ich das hier mal zur Seite. jetzt gibt es gleich nichts passiert, alles gut. Da haben wir jetzt die verschiedenen Karten und auch die verschiedenen Elemente eben, die man sonst noch so an Pappelementen für das Spiel braucht. Da gehen wir jetzt auch mal durch. Ihr seht schon, das türmt sich hier schon wieder alles bei mir auf dem Tisch. Das ist immer so ein bisschen ein Problem bei mir. und auch hier zieht sich wieder dieses Element durch. Also die Komponenten, die dabei sind, sind einfach extrem stimmungsvoll und auch sehr, sehr schön gemacht. Also wieder in diesem eigenen Stil. Das ist alles, es passt alles irgendwie sehr, sehr toll zusammen. Also das, was man auf der Box auf den ersten Blick sieht, das ist irgendwie auch drin und das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache. Wir gehen erstmal kurz zu den Gebäuden und zwar sind da diese Pappdinger hier drin, ja, und das ist jeweils immer ein Haus. Die gibt es in unterschiedlicher Höhe, das ist allerdings nur kosmetisch, also das macht im Spiel keinen Unterschied, aber ihr seht also auch hier, die sind sehr, sehr schön bedruckt mit diesem Graffiti so auf den unteren Stockwerken und die Gebäude sind auch schon so leicht angekratzt und so und die kann man im Prinzip einfach, wie ihr hier seht, einfach so umknicken und dann hat man im Prinzip so ein Hochhaus und ich probiere das jetzt mal kurz. Also ich habe hier diese Base, ich setze da dieses Haus drauf, so, das geht super easy, ich bin echt begeistert und da kommt dann oben drauf so ein Dächchen, das wird einfach drauf gesetzt und schon hat man ein wunderschönes 3D-Gelände für das Spiel und so sieht das dann nachher aus. Wie gesagt, hier oben kommen dann diese Stifte rein, mit denen man die beanspruchen kann, die Gebäude und wenn man vier Stifte drin hat, dann bricht das Gebäude zusammen und dann bleibt nur noch das hier übrig. So einfach geht das und es ist schon wieder was runtergefallen. Ich finde das eine ziemlich coole Lösung, um einfach auch 3D-Elemente ins Spiel zu bringen, weil das macht tatsächlich auch echt was aus, gerade wenn man diese Riesenroboter hat, wenn man natürlich auch ein Gefühl dafür haben, wie groß sie tatsächlich sind und das wird mit diesen Gebäuden richtig gut umgesetzt und man sieht dann quasi diese Gebäude, die sind halt echt, ich stelle das hier mal kurz hin und daneben so ein Roboter, also der ist halt, da ist dann so ein Roboter so groß wie so ein Hochhaus und das, ja, das ist einfach, das ist einfach wichtig, das kennt man auch aus Spielen wie Monsterpokalypse von Privateer Press, habe ich schon gehört, dass es sehr ähnlich ist, da muss ich auch selber noch einen Blick drauf werfen, da mache ich auch vielleicht mal irgendwann einen Vergleich dazu, wie sich die Spiele auch rein spielerisch und nicht nur ästhetisch ähneln oder bei Spielen wie Adeptus Titanicus ist es zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor, wenn es richtig groß werden soll, dann braucht man irgendwie eine Referenz, dann reicht es nicht, wenn das Spiel komplett 2D ist, auch wenn es eigentlich eher ein Brettspiel ist, so wie hier, sondern dann will man einfach sehen, wie groß die tatsächlich sind, damit man so dieses volle Feeling hat und das wird hier, finde ich, sehr, sehr geschickt umgesetzt. So, dann gehen wir mal weiter zum Spielfeld, das klappe ich jetzt nicht komplett aus, das ist ziemlich groß, ich kann nicht exakt sagen, wie groß es ist, aber es, man braucht ein bisschen Platz dafür, es ist glaube ich jetzt keine reine 90 cm Größe, wobei, das könnte sein, dass es gerade so noch auf einen 90 cm Küchentisch drauf passt, aber ich würde jetzt nicht mich drauf verlassen und das Ganze ist natürlich auch wieder Hexfeld basiert, wie ich gesagt habe, ihr seht das hier, also man sieht auch, es ist auch alles schön bedruckt mit verschiedenen, mit auch so ein bisschen diese Ruinen Geschichte und sowas, das ist aber auch sehr schlicht gehalten von der Farbgebung und es gibt, muss ich mal kurz gucken, ob es auch zwei beidseitig bedruckt ist, ja, es ist beidseitig bedruckt, das heißt, das kann man, wenn man das möchte, unterschiedlich verwenden und ja, das ist, das ist im Prinzip erstmal das und, nicht umfallen bitte, okay, bevor wir jetzt dann gleich noch zu den Karten kommen, zeige ich euch noch ganz kurz die Dashboards, die dabei sind, die Gebäude, ihr geht jetzt auch zur Seite bitte, so, die sind nämlich auch ganz cool gemacht, man hat für jeden Heavy Hitter, hat man so ein Dashboard und ich löse da jetzt einfach mal eins raus, so, so, da seht ihr hier jetzt verschiedene Felder, wo ihr eure Karten ablegen könnt, das ist euer Nachziehstapel, quasi in dem sämtliche Waffen- und Verteidigungssysteme und Deploy-Karten und sowas drin sind, da spielt ihr die Karten hin, wenn ihr sie ausgespielt habt und da ist der Damage-Systems-Stapel und das ist eben eine ganz spannende Mechanik, die die benutzen, weil das Kartendeck, das jeder von euren Heavy-Hitters hat, ist gleichzeitig eure Lebenspunkte, das heißt, ihr habt eben diese ganzen coolen Waffensysteme und sowas im Spiel, manche von denen fallen auch direkt in den Damage-Systems-Stapel, wenn man sie ausgespielt hat, weil die ganz besonders mächtig sind und man die nur einmal im Spiel benutzen kann oder erstmal reparieren muss, wenn man sie eingesetzt hat und normalerweise spielt ihr eben die Karten aus und spielt die in diesen Offline-Systems, also in den Ablage-Stapel, aber wenn ihr Schaden kriegt, dann müsst ihr entweder aus eurer Hand oder aus eurem Nachziehstapel, ja, aus dem Nachziehstapel müsst ihr Karten in den Damage-Systems-Stapel legen und wenn ihr keine Karten mehr habt, dann ist euer Heavy-Hitter kaputt und dadurch wird natürlich auch sehr, sehr schön repräsentiert, dass ihr immer weniger effektiv werdet, je mehr Schaden ihr bekommt. Das heißt, manche Waffen könnt ihr nicht mehr abfeuern, ihr könnt nicht mehr so gut Drohnen deployen, ihr könnt eben manche Support-Systeme nicht mehr einsetzen und sowas. Also es ist genau das, was ich mir eigentlich immer wünsche von so einem Spiel, wo es um große Kampfroboter geht, dass man eben auch sehr stark sieht, dass es nicht einfach bloß eine Figur ist, die irgendwie ein, zwei Fähigkeiten hat, sondern dass die wirklich ganz viele Teile hat, die zerstört werden können, die irgendwie nicht mehr so gut funktionieren, die aber auch repariert werden können und dann wieder funktionieren. Und man kann eben mit Reparaturaktionen durch die Reparaturroboter kann man dann Karten wieder zurück von den Damage-Systems in den Nachzieh- oder Ablagestapel bringen. Und dazu kommt dann noch, das seht ihr dann hier, habt ihr einen Energiehaushalt, mit dem ihr arbeiten müsst. Also jeder Heavy-Hitter hat immer fünf Energie am Anfang der Runde und je nachdem, welche Karten ihr spielt, gebt ihr diese Energie aus und ihr könnt auch euren, das Ganze überspitzen sozusagen, ihr könnt auch ins Minus gehen und dann bekommt euer Heavy-Hitter Schaden, wenn ihr zu viele Fähigkeiten oder zu viele Waffen einsetzt. Aber das kann sich natürlich auch manchmal lohnen, wenn ihr irgendwie so einen ganz, ganz super essentiellen Zug habt. Das heißt, ein bisschen Ressourcenmanagement ist auch noch mit dabei. Auch eine von meinen sehr, eine Mechanik, die ich eben sehr, sehr gerne habe bei Spielen. Und übrigens, bevor ich es näher, das zeige ich euch gleich dann noch. Wir haben jetzt hier diese verschiedenen Decks. Ihr seht schon, die sind farblich kodiert. Das heißt, jeder Heavy-Hitter hat sein eigenes Deck. Das Spiel hat auch Deckbaumechaniken. Man kann einfach so ein Standard-Deck benutzen, das einfach vorgegeben ist. Man kann sich aber sein Deck auch selber zusammenstellen aus verschiedenen Karten und verschiedenen Waffen-Fähigkeiten, die man gerne haben will und so ein bisschen seine eigene Strategie auch bauen. Es gibt auch eine Erweiterung, die dann mehr Karten noch mit dazu bringt, wo auch noch zwei andere oder ein oder zwei andere Heavy-Hitter noch mit dabei sind. Ein Rosano unter anderem. Und da schauen wir jetzt einfach mal. So. Erst mal die hier. Das sind die Piloten. Ihr könnt euch für einen Heavy-Hitter einen Pilot auswählen. Wie gesagt, es sind acht Stück und die haben auch eigene Fähigkeiten, die wieder im Spiel zum Tragen kommen. Hier habt ihr so ein bisschen Fluff auch zu denen, wo die herkommen, was die machen und so, wer die sind. Und da vorne steht einfach immer eine passive Fähigkeit drauf. Das heißt, die darf zum Beispiel einen Rüstungswurf wiederholen oder der verstärkt die Support-Einheiten und so. So, und dann haben wir hier die Ausrüstungskarten beziehungsweise die Karten, habe ich ja schon eben erklärt, die sind gleichzeitig eure Lebenspunkte und es sind die Waffen und Support-Fähigkeiten und diese ganzen Sachen, die man eben im Spiel einsetzen kann. Und das ist so ein zentrales Element des Spiels und dementsprechend auch wurde da sehr viel Augenmerk drauf gelegt, das möglichst cool zu machen. Und das ist auch was, das mich schon damals, wo ich das erste Mal probiert habe, richtig begeistert hat, weil die Karten sind extrem stimmungsvoll. Also die Waffen, die man hier hat, die sind individuell für jeden Heavy-Hitter. Also zum Beispiel jetzt der blaue hier, zeige ich hier, der hat hier diese Raketenwerfer oben dran und kann dementsprechend Thunderstrike-Missiles abfeuern. Und Missiles sind übrigens wichtig, weil die können zum Beispiel durch diese Spotter-Drohne kann der eben Sichtlinien dann ignorieren, wenn er diese Raketen abfeuert. und ihr seht hier dieses Artwork, das ist so richtig schön Comic-mäßig, mit diesem Wusch und jede Waffe hat dann Kosten, also das kostet drei Energie, diese Waffe abzufeuern, hat eine Mindestreichweite und eine Maximalreichweite und wie viel Schaden sie macht. Das heißt, potenziell kann diese Waffe den Gegner sechs Karten kosten und wenn es in einer bestimmten Reichweite ist, dann hat es dann auch einen Extra-Effekt und so funktionieren die im Prinzip alle. Also man kann sich so richtig schön vorstellen, die gibt es dann natürlich auch immer mehrfach, der hat die ein paar Mal, dann hat er hier seine dicke Kanone, die er abfeuern kann und auch, ich kann es mir so richtig vorstellen, schon beim Spielen, wenn man diese Karten ausspielt, wie viel Spaß das einfach schon macht, dieses Brrrrrapp und das ist dann die Chain Gun, kostet zwei Energie, hat eine kürzere Reichweite, aber genauso viel Schaden beziehungsweise macht sogar, wenn sie mehr als drei Schaden macht, dann kann man sie wieder direkt auf den Nachziehstapel legen, weil dann kann sie nämlich noch ein bisschen öfter abfeuern. Also man hat dann diese ganzen Sachen, man hat auch Nahkampfattacken zum Beispiel, ich meine, guckt euch das an, mit diesen super coolen Krrrrts, das ist super, also ich finde es großartig, wie das gemacht ist und jetzt muss ich mal kurz durchgucken, das sind alles Attacken, 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 das ist auch eine Attacke, hier haben wir zum Beispiel auch eine sehr schöne Sache, den Orbital Strike, der kann irgendwo auf dem Spielfeld einschlagen, der kommt aber direkt auf den Repair-Stapel, das heißt, wenn man den einsetzt, dann verliert man quasi einen Lebenspunkt und hier hat man dann auch die Drohnen, also die haben ihre eigenen Karten jeweils immer, wo auch mal draufsteht, wie die funktionieren, die funktionieren auch immer so ein bisschen anders, je nachdem welcher Heavy-Hitter es ist, haben sie unterschiedliche Waffen und so und die haben auch hier so ihre Lebenspunkte-Marker, weil zum Beispiel die Recon-Drohne hat bloß einen Lebenspunkt, die Kampfdrohne hat zum Beispiel drei Lebenspunkte und da sind hier extra so Clips dabei, die man hier einfach an der Seite dran machen kann und wo man dann hier hoch und runter gehen kann, also man muss nicht mal großartig, wenn man das nicht möchte, mit einem Folienstift oder sowas rumhantieren, sondern es ist wirklich alles drin, was man braucht für Markierungen und sowas und genau hier sind dann jetzt noch so Support-Sachen, also zum Beispiel Missile-Defense, da kann man Raketen abwehren damit und da kann man entsprechend halt auch reagieren auf Sachen, die der Gegner macht und verschiedene Verteidigungskarten und so, das heißt, man muss auch immer so ein bisschen gucken, welche Karten man mitnimmt, welche Karten man auf der Hand behält, welche Karten man als Schaden entfernt und sowas, also da ist schon ziemlich viel Spiel drin in eigentlich relativ einfachen Mechaniken und ich finde in dem Fall ist tatsächlich dieses Thema Karten zu benutzen, um Aktionen umzusetzen, sehr, sehr schlau umgesetzt und ich freue mich da richtig drauf, das auch mal in Aktion auszuprobieren. Ich glaube, das macht richtig Spaß beziehungsweise ich erinnere mich noch dran, dass es ziemlich Spaß gemacht hat, als ich das auf der Con gespielt habe und meiner Frau hat es auch sehr viel Spaß gemacht, vielleicht spiele ich das auch einfach mal mit der oder ich suche mir einen von meinen vielen Tabletop Buddies hier vor Ort und da wird sich garantiert auch jemand finden. So und dann gibt es noch weitere Karten, das sind im Prinzip so eine Art Taktik-Karten und zwar sind das Sponsor-Karten und die bekommt man unter anderem indem man Achievements erfüllt, dann darf man Sponsor-Karten nachziehen und das sind im Prinzip einfach Effekte, die im Spiel zur Seite, die im Spiel dann noch getriggert werden können, die irgendwelche Boni geben oder Sachen irgendwie ja im Prinzip verstärken. Auch hier ist wieder alles sehr, sehr schön mit Comic-Grafiken unterlegt und so und hier steht auch immer aus dem halt hier eine Kondition, wann man die spielen kann. Da kann man dann eine gegnerische Waffe hacken zum Beispiel oder einen Hack, quasi einen Hack kontern und so und das sind alles Hacks hier. Genau, aber es ist nicht alles Hacks, sondern es sind auch wirklich viel solche Sachen dabei. Da geht es im Prinzip darum, dass man so Hunger Games mäßig Sponsoren auf sich aufmerksam macht, die einen dann auch während der Schlacht oder während dem Kampf, während dem Match unterstützen und diese Unterstützung kann man dann entsprechend auch nutzen für sich. Ja, und ich habe ja gerade eben noch über das Thema Achievements gesprochen und das ist quasi die letzte kleine Sache, die ich euch noch gerne zeigen würde und zwar muss ich mal gucken, da ist nämlich irgendwo hier müsste noch so ein genau, das haben wir hier, haben wir nämlich dieses Achievement Board und das hole ich jetzt auch mal kurz raus hier, so, so, vorsichtig, da hatten wir hier einfach dieses Board und da fangen alle Piloten hier auf der Seite an und immer wenn man bestimmte Aktionen im Spiel durchführt, wandert man auf dem Achievement Board einen Schritt weiter, also man hat hier die Voraussetzungen, zum Beispiel, wenn man der Gloryhound bekommt, also der Startspieler wird, dann bekommt man einen Schritt weiter oder man macht eine spezielle Art von Attacke zwischen zwei Gebäuden durch oder man zerstört ein Gebäude oder man hat mehrere Drohnen auf dem Spielfeld und das bringt einen immer so ein bisschen weiter und da bekommt man dann entsprechend Sponsorings dafür, gibt es zum Beispiel auch unterschiedliche Varianten, also man hat ja auf dieser Rückseite, das funktioniert dann nochmal ein bisschen anders, da hat man dann andere Voraussetzungen, ne, stimmt gar nicht, ne, stimmt gar nicht, das muss ich nochmal rausfinden, was das damit auf sich hat, da, soweit bin ich leider noch nicht, aber da bekommen wir neue Sponsorings und man schaltet neue Fähigkeiten frei, weil nämlich die Piloten auch sozusagen aufleveln können, also die müssen hier noch irgendwo dabei sein, im Prinzip sind das mehrere Fähigkeiten, mit denen man seine Piloten verbessert, wo Boni verbessert werden und sowas und jedes Mal, wenn man eben auf diesem Achievement Track einen Punkt erreicht, wo so ein Smiley drauf ist, dann wird ein Level freigeschalten und der Pilot wird ein bisschen besser, also auch sowas hat man da noch mit drin, es sind ziemlich viele Mechaniken untergebracht, es ist alles ein sehr stimmungsvolles und fast schon so ein bisschen Computerspiel-artiges ja, Flair verpackt und ich finde es richtig, richtig cool, also auch jetzt, wo ich tatsächlich mal die Komponenten physisch vor mir habe und diese ganzen Gebäude und diese ganzen Sachen, es ist halt einfach wieder so ein wunderbar rundes Paket, das man halt gerade bei solchen Miniaturen-Brettspielen sich wünscht, weil man kauft sich natürlich dieses Spiel und will es gerne komplett spielen können und die komplette Erfahrung haben, ohne dass man noch großartig Mühe reinstecken muss und ich glaube, das ist hier auf jeden Fall gegeben. Ich werde die Drohnen werde ich noch ein bisschen anpinseln, einfach damit die noch ein bisschen schicker aussehen und dann werde ich aber auch so schnell wie möglich ein Spiel aufnehmen mit dem Ganzen, weil ich habe da jetzt richtig Bock drauf, ich habe da auch wieder beim Ostparken richtig Bock drauf gekriegt und ihr könnt, wenn ihr möchtet, schon mal direkt in die Videobeschreibung reinschreiben, beziehungsweise in die Kommentare reinschreiben, welchen von den Heavy-Hitters ihr denn gerne sehen wollt in dem Spiel, weil ich werde wahrscheinlich ein Eins-gegen-Eins-Match machen, einfach auch der Einfachheit halber und mich würde echt interessieren, welchen von denen ihr gerne sehen wollt, also wen ich spielen soll, wen mein Gegner spielen soll, schreibt einfach grün, orange, blau, gelb, so wie ihr das gerne möchtet und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und sagt weiter, dass es den Kanal gibt, das hilft mir am allermeisten und ihr könnt auch alle Informationen, wie ihr mich sonst unterstützen könnt, mit Spenden bei Patreon oder mit, indem ihr euch eine Tasse oder ein T-Shirt oder ein Pulli oder sowas bei meinem Spreadshirt-Shop kauft, findet ihr alle Informationen wie immer in der Videobeschreibung und für alle, die jetzt bis hierher dabei geblieben sind, vielen Dank, finde ich super cool, nur für euch zur Info, falls ihr dieses Wochenende am Samstag oder am Sonntag auf der Taktika in Hamburg seid, da bin ich auch und wenn ihr mich da seht, dann sagt sehr gerne Hallo, ich freue mich immer super, wenn ich Leute kennenlerne und es kann gut sein, dass ich nicht immer mega viel Zeit habe, mit euch länger mich zu unterhalten, aber sagt trotzdem, also seid nicht schüchtern, ich freue mich wirklich immer, wenn ich angesprochen werde und ich freue mich immer, Leute kennenzulernen, das ist einfach, ja, deswegen gehe ich auch auf die Cons und ja, wenn wir es nicht da sehen, dann sehen wir uns auf jeden Fall entweder am Freitag bei meinem nächsten Spielbericht oder dann einfach nächste Woche. Vielen Dank fürs Reinschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal.